Warum lade ich nach? Warum? Kauf dir Speedcoder. Ne, da brauch ich aber jetzt mal 4000. 3000. Echt? Ja, stimmt. Stimmt. Ich hab's mir eben geholt. Ne, hast du nicht. Dooooch hab ich. Tust du mir schon. Okay. Können wir uns drauf einigen. Trotzdem solltest du jetzt erstmal kurz sparen, dass du dir wenigstens die Hamre oder so punchen kannst. Ja, gleich. Ah, da, da, da. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Das war ehrlich gesagt mein Ziel. Hast du, äh, Juggernaut haste, gell? Ne. Achso, du warst ja mal verreckt, oder? Ja. Ja. Ja, ich versteh jetzt grad deinen... Haha. Lol. Ah, scheiße, hier im Plen, fick dich. Sterbt. Oh, wie den Typen das aufregt. Mich? Ja. Ja, tot so. Lol, hier, hier... Alter, hast du den Körper hier auch rumfliegen in Delpen-Treppenhaus? Nein. Ach, schade, jetzt ist er weg. Da stand ein Körper, da hingen ein Körper so irgendwie mit ausgeprägt. aufgestreckten Namen, das war Jesus. Du hast die Rosette gesprengt hast. Nein, so heißt dein Titel. Heißt du? Achso. Aus der Rosette deiner Mom. Okay. Beziehungsweise ist deiner Mutter halt, also. Ja. Wer hat denn jetzt? Ich hab... Ah, du bist doch scheiße. Ich vermiss Assists. Ähm. Ähm. Ja, 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 ist mir doch scheißegal. Ja, ich, äh, nachladen sag ich dir schon gar nicht mehr. Das seh ich auch gar nicht ein jetzt. Äh, ich muss mal kurz nachladen. Okay. Doll. Wie die hier teilweise hin und her fliegen, ey. Alter, da glitscht schon wieder einer in der Wand rum. Wo denn? Hinter dir. Neben dem Küken-Walb. Hä? What the fuck? Ich weiß echt nicht, was mit dir los ist. Ah ja, es ist halt bei mir so... Ich find's ja lustig. Oh, Achtung. Ja. Ja, ja, ja. Oh, verliehst du deinen Kopf nicht mehr? Du bist ne scheiß Schlampe, ey. Scheiß Schlampe, schlag mich nicht. Hinter der Seite, äh, neben dir und so. Ohne Spaß, ey. Ich mach nix mehr mit der Sniper grad. Ich weiß. Okay, doch. Ne, mach ich doch. Ähm... Alter, hast du... Hast du deine... Auf wie hoch hast du denn dein Sichtfeld eigentlich? Mein Sichtfeld? Ja. Weiß ich nicht. Ich hab das voll. Mach das voll. Das sieht viel geiler aus. Ich mag das nicht so, wenn das so voll ist. Ich mag das nicht. Doch, du gewöhnt dich dran, das ist viel geiler. Du siehst... Vor allem im Multiplayer ist das viel besser. Du siehst viel mehr. Ich find das nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich mag das nicht so. Ach so, deswegen hast du wahrscheinlich auch links unten die Kruppelhand nicht in der Strahlenkanone mit... Ja, stimmt. ...die irgendwie grad abstirbt oder die einen wichsen will oder ich weiß nicht. Äh, ja, ja, ich wichse mir auch immer auf Brusthöhe ein. Äh, das ist keine Brusthöhe. Okay. Denk ich mal. Okay, das Sniper ist dumm. Wollen wir nicht nach jedem Schuss nachdenken. Kriegst du hier oben ein bisschen was hin? Vielleicht. So, Fenster und hinten. Äh, ne. Ich seh's jetzt schon. Okay, dann lass ich's bleiben. Weil sonst wär ich jetzt mal hinten an die Dings gegangen. Zum Snipen? Ja. Alter. Ah! Stirb! Du elender Pasta! Oh Mann, oh. Jetzt sind wir schon wieder so richtig schön kondensiert. Ja, ich weiß, das ist voll schlimm. Äh, so schlimm ist das gar nicht. Ja, Rattenfick, ey. Ja, du bist auch so ein Rattenfick. Nee, du hast einen Rattenschwanz. Okay. Und zudem noch das größte Spermium der Welt. Ja, das kann schon sein. Nämlich du. Ah, ich bin das lebende Spermium. Das find ich geil. Wow! Das Leben ist so weich und flummig und wommelig. Ja, geil. Und ich tiee eine klebrige Schleimspur hinter mir her. Ja, so gehört sich das. Mach ich auch. Alter. Er ist eine Schnecke. Lass mir irgendeine am Leben. Okay. Ich geh nochmal kurz an die Kiste. Mal gucken, ob ich was anderes für die Strahlenkanone kriege. Nee, die SMR will ich dann doch nicht. Ich punche bei kurz, wenn man die Strahlenkanone. Äh, das ist sinnlos. Eigentlich. Ich weiß, aber ich hab so viel Geld. Okay, würde ich trotzdem nicht machen. Da würde ich mir lieber irgendwelche Perks holen. Ja, ich hab immer noch 7000. Ja, dann hol dir Grabsteine und stemmen ab. Oder Double Tap. Ja. Würde ich mir holen. Okay. Ja, hol dir Grabsteine und Double Tap. Ich find's einfach cool. Ja. Das war eigentlich eine Aufforderung. Ganz Zeit. Ich weiß. Nee, Grabsteine hol ich mir. Ziemlich, ich hol mir Double Tap. Ja, und Grabsteine, der kostet auch nur 2000. Ja, aber man kann doch nur 4 Perks nehmen. Ja, ich würde den nehmen, dann würde ich sterben, dann würde ich den Grabstein wieder einsammeln, dann würde ich mir neue Perks wieder kaufen und dann hast du 6 Perks. Ja, will ich aber nicht. Doch, willst du. Ich weiß es. Du hast nur Angst, zu dumm dazu zu sein. Ja. Aber ich würde trotzdem nicht. Ich find das unnötig. Ich komm auch hier, wenn ich mir jetzt noch Double Tap kaufe, glaub ich ganz gut klar. Ja, sonst hol ich mir eigentlich immer Jugger, Double Tap, Stemmen ab und Dings, ne? Genau. Ah ja, äh, Speed Cola. Speed Cola. Quick Revive ist für den Arsch. Ich find das sinnvoll. Das bringt eh nix. Je nachdem. Mit dir als Mitspieler schon. Oh, ich sag einfach mal nichts, ne? Okay. Ja, 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 ich bin auch nicht gut und Plage, Blobble und ja, ja, ja und sind wir beide nicht und ja, ja, ja und Plage, Blobble und ja, ja. Und. Wow, 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 wow. Alter Vater. Damit hab ich jetzt grad nicht gerechnet. Leckt mich am Arsch, was ist denn grad hier los? Alter, ist ein Scheiß-Drecks-Spiel. Alter, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich... Alter! Da ist der Übeltäter. Da. Genau da. Ich ziele auf seinen nicht vorhandenen Kopf. Ich hab den... Alter! Ist er noch so ein Scheiß-Krabbelnder-Krieche-Nigger-Hitter-Art-Nacher-Folge-Adolf-Heil-Scheißer? Oh, der Chips schmeckte verbrannt. Ah ja. Oh Gott, war der Ekel ab. Du hast jetzt noch Chips? Ich hab beim Zocken jetzt grad nix mehr gegessen. Muss ich jetzt nachholen. Warte, warte! Ich mach das Headset auf. Oh mein Gott, ey. Nee, irgendwie waren wir schon wieder fast zu kondensiert. Zu kondensiert? Na, ich bin schon, dass wir uns weiterhin kondensieren sollen. Ich mein, weil sonst... Ja, natürlich, nein, wir müssen das lernen. Zocking-Multi-Tasking-Laber-Nutten-Ficht. Das stimmt. Alles drei parallel. Ähm... Müssten wir aber echt machen, dass wir beim... ...zocken mehr labern und trotzdem genauso kondensiert zocken wie sonst. Ja. Oh, mein PC ist ganze 28 Grad warm. Und meine Grafikkarte ganze 30. Ja, ich kann jetzt nicht nachgucken. Tut mir leid. Ich schätze mal bei so 60. Hm, geht doch. Ja. Das kann ja auch nicht über 70, 80 geht ungefähr. Über 80. Ja. 70 hattest du schon, oder was? Ja, ja, natürlich. Oh. Ja, ich hatte auch schon 90 in meinem alten Kondensiert. Ohne Spaß, wo wir gestern dann irgendwie... ...ich dann noch so... ...so zocken stunden. Das war gestern so ein Zockertag. Ähm... Ich weiß nicht, mein PC hat die ganze Zeit nur so 34 Grad gehabt. Das war ja irgendwie komisch. Hm. Das war irgendwie unwirklich. Aber okay. Na ja. Na ja, okay, während dem Zocken habe ich auch nicht geguckt. Immer nur danach, aber... Ja gut, dann ist der sau schnell wieder abgekühlt. Eben. Oh, Lennart, gut, dass du zu blöd bist zum Trinken. Mann! Jetzt hast du deinen Schwanz reingehalten. Du hast gedacht, dass er es aufsaugt. Das war jetzt unnötig. Nein, hab ich nicht.